Bei einer Thrombose entstehen Blutgerinnsel in den tiefen Venen, meist im Bereich der Beine. Hierfür gibt es verschiedene Faktoren, die so eine Thrombose auslösen können und für Patienten ist das häufig ein sehr dramatisches Krankheitsbild, weil das Bein plötzlich stark geschwollen, überwärmt ist und Schmerzen verursacht. Die Gefahr der Thrombose ist eine Verschleppung von Blutgerinnsel in die Lunge, dann spricht man von einer Lungenembolie, so dass dies ein sehr ernstes Krankheitsbild ist und sofort eine schnelle und kompetente Behandlung bedarf.